und herzlich willkommen zurück beim weihnachtlichen wimmelwahnsinn okay wir machen jetzt mal weiter was haben wir denn eigentlich alles hier katzen amulett haben wir noch seil kästchen gut karte jetzt gehen wir mal auf die karte und schauen mal was wir jetzt machen müssen wir gehen zum spielzeugviertel das seil haben wir glaube ich hier gebraucht für die brücke nur 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 durch nach auch na ja und jetzt hey schmiedsmiets also kümmer her hallo es mache ich nieder das lauf zu ah ups komm du späschling haus um ich kann die beschissene katze aber ja okay meine katze ist ja doch kräftiger als gedacht was haben wir denn jetzt ich sollte noch seine fußstöpfen ausschau halten wie fußstöpfen hä aber müssen wir jetzt fuß ach ja müssen wir jetzt die fußstöpfen finden ah na gut dann suchen wir die mal hier haben wir die kratzer und jetzt brauchen wir mal noch so ein lodge hier ach ja haha tippel 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 was und noch einmal da 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 so schnell kann es gehen bin ich nicht ein wibbelprofi hm mhm so hier haben wir die kratzer hier haben wir fußspuren auch noch einmal fußspuren zeig euch die fußspuren des grauens ach nein kratzer waren es he he tippel 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 oh mann ich weiß ja gar nicht was hier los ist meine güte so brauchen wir das brauchen wir das und dann brauchen wir noch einmal fußspuren fußspuren guck guck fußspuren hier wird aber eine fußspuren geklaut ihr schweine gebt die zurück ach ja wie viel denn noch noch mal was haben wir denn da fußspuren fußspuren und fußspuren wow intellektuell hochwertig ich war gerade überfordert der dieb ist in jenes haus gegangen ob er dort lebt nur suche das haus das der dieb betreten hat wir untersuchen mal das haus ja einbrechen ist so da ist jemand einbrechen ist ja so unser kleines mit je in jedem wimmelbildspiel da bricht man ein und verwüstet einfach alles das wissen wir ja schon das kennen wir ja schon als anderen wimmelbildspiel wach auf mein kind wach auf da gestiefel der Kader kommt ist er lieb Anna sweetie hier ist dein christmas present ich wollte nicht warten bis morgen die bewegte ihre lips aber schuldig sie ist gruselig danke du bist der beste ich würde nicht ich würde nicht mein letzte christmas mit jemanden ich versuche es wird nicht dein letzter Anna nein es ist Zeit für dich zu akzeptieren was die Doktor haben gesagt vielleicht brauchen wir sie irgendwann nicht jetzt aber vielleicht irgendwann was haben wir denn hier schüttel ne psychofögel psychofögel des Grauens zuerst muss ich die Vögel verscheuchen hush hush friss sie oh du machst es sogar cool du sollst die auffressen Vögel verscheuchen hinfort du psychofögel ich möchte nur einmal sehen dass das funktioniert ja ich auch was haben wir denn da oh was ist das vielleicht hier an der Kiste warte mal ah klick und kluck was haben wir denn hier einen Böller na klar ein Knallpumpung wir haben doch ach ne den Schlüssel haben wir noch gar nicht da sitzen ja die dufen Vögel davor vielleicht können wir die ja wegsprengen ich werde den gestiefelten Kader folgen wenn ich mehr über ihn erfahren habe ja ja ah ich komme auch rauf na klar Aussparung na du in Katz in Katzdorf gibt es viele Eichhörnchen kann ich dieses herausloggen Zücho Eichhörnchen hier ist alles voll Zücho überall Geschenke sind das hier kann ich das nehmen diese Dornen sind ungewöhnlich sie sind alle verschieden hm was nun sprach das Huhn vielleicht können wir ja die Vögel sprengen wir können es ja mal versuchen Pulv was Info finde Vogelbache aha Böskugvogel Böskug Böskugvogel Böskugvogel noch ein Böskugvogel noch ein Böskugvogel ganz Böskug und ganz Böskug und hinfort mit euch was Entschuldigung verschluckt Entschuldigung was für hübsche Blumen mir fällt es schwer mich für eine davon zu entscheiden nimm doch einfach eine nimm doch alle drei hm cool so jetzt können wir doch den Schlüssel hier benutzen na klar Info bewegt Regel so dass sie die Tür freigeben das Auswählen eines Riegels bewegt auch immer die umliegenden Riegel aha aha das war ja fast klar aha sind wir nicht spitze? ja das es ist wieder eingeschlafen aber ich muss mit ihm was? es ist wieder eingeschlafen eh du es bist du wieder eingeschlafen? sie ist wieder eingeschlafen aber ich muss mit ihr sprechen was kann man denn klauen was kann man denn klauen? dann kann er bestimmt irgendwas klauen klauen geht immer okay fängt man sie mal auf schmiedsmiets hau sie um mit deinen Charme und deinen großen runden Augen hallo tisch tisch ich bin Anna ich live hier mit meinem besten Freund Puss in Boots er ist nicht hier gerade jetzt kann ich dir helfen? ja dein blödes Katzenviech hätte einen Weihnachtstern gestohlen oh nein ich glaube ich weiß warum er es hat er wollte mich schützen pöre Puss hm wir können nicht Weihnachtsmus auf meinem Account stoppen bitte find ihn und bringe den Star zurück du musst mir glauben dass er keinen Fehler bedeutet er wollte nur mich schützen du musst mich schützen mhm was haben wir hier? neue Aufgabe finde den gestiefelten Kader was haben wir ihn jetzt gekriegt? ein Engel na alter Lump alter Harder Lump seltsam das Gemüter schickt mir irgendwie unfertig mhm was haben wir denn noch? siehste wir können wieder klauen ist mir doch klar ah können wir jetzt hier einsetzen? können wir jetzt den mit dazu machen? ähm ach nein ähm wenn die Stimme versorgt und der Hals rau ist da gibt es nichts von Ratioform der Engel ist zerbrochen ich muss die fehlten Fragmente finden und sie wieder zusammenkleben ähä aber denn hier ah was ist das? eine Trompete dü 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 so glitzert ah wieso glitzert hier alles zu furchtbar ich brauche einen Knauf zum öffnen der Schublade oh ho 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 nehmen wir das dazu hier stoffen wir rein oder ziehen wir es auf okay zu blöd dazu gut mit den Eichhörn können wir bestimmt um dieses Eichhörnchen rauslocken können wir eigentlich statt mal tun zuck wir haben ja noch keinen super Sonderkleber noch kein Uhu ja Nüsschen mhm Logik vom Himmelbild spielen begreife ich irgendwie nie bin ich glaube ich zu blöd für so was haben wir hier uhu alles Kleber endlich haben wir ihn gefunden so und jetzt noch ein bisschen Uhu drauf klietsch 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 vorsichtig vorsichtig ja fein nun haben wir zwei Trompetenengel Aussparung 1 Aussparung 2 komm geh öffnen wimmelbild was brauchen wir denn lube schraube sammelkarte hufeisensschere mhm hakenapfelscheibe apfelscheibe husserwasser uah chak 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 vorhörter apfel oh vorhängeschloss brennende laterne ok dann brauchen wir hier haben wir die scherbe äh die scherbe die schere dann haben wir was brauchen wir noch lube und schraube wo haben wir eine lube wo habt ihr sie versteckt hier schraube schräblein klein schräblein fein mein sollst du sein hakenjuwel da liegen ja einfach so juwelen rum das manche leute haken haken ja schraube ja sammelkarte hm 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 ok juwel brennende laterne wulf vorhängeschloss jubel vorhängeschloss vorhängeschloss jubel hufeisen und sammelkarte wo ist das hufeisen ah was ist das hallo hallo spiel 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 hallo spiel was jetzt wo bist du abgestürzt ok ok geht's dir gleich weiter freunde es ist abgestürzt verdammte kacke so ok hier sind wir wieder keine ahnung gerade abgeschmiertes spiel ich weiß nicht bis zu hm merkwürdig ok wir brauchen sammelkarte und hufeisen hufi 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 kein hufi hm weißt nicht was das war warum das gerade abgeschmiert ist hm und sammelkarte 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 hufeisen hufi hufi hufeisen hufeisen ich bin blind ich sehe kein hufeisen hallo mein kleines hufeisen komm raus zum spiel wer lässt bloß seine schublade so vermüllen ähm also das heißt die schublade ist ja in dingstar bumstar da hallo hufeisen ich sehe ja kein hufeisen bin ich blöd und blöd sag mal ja danke ähm nein ich klicke nicht wahnsinnig einfach bloß durch die Kante ne ich bin einfach gut was sammelkarte gut gemacht großartig das könnte nützlich sein hm hier müssen wir doch noch irgendwas tun ich bin schlau genug ein Rezept zu befolgen einige Zutaten fehlen noch ach warte mal könnte das sein dass dies dies Bild hier ist sag ich doch Info finde die Unterschiede zwischen den Gemälde und der Sammelkarte tippe auf die Unterschiede um sie zu beheben was denn hier oder was ah na hallo hier hier man ja ja es sind noch zwei ja äh 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 und hier wird der Baum äh 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 oh ja mein äh 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 5 k Minzblatt. Gestern war ich draußen im Schnee. Da war es einfach nur arschkalt. Deswegen habe ich mich mit meinem blauen Mandel gehüllt und friere vor mich hin. Aha. Gut. Minze. Habe ich schon bis jetzt noch nirgends gesehen? Minze, Minze, Minze. Ist auf meiner Linze. Wir brauchen ein Blümelein. Blümelein klein, Blümelein fein. Welches? Weiß. Weiß. Die. Wuhu. Und weiter. Achso. Hm? Ein Ton? Da brauchen wir ja wohl. Knips. Den. Mhm. Dann. Und dann. Und dann. Und dann und dann und dann und dann und dann. Ähm. Ich werde den Giftübel gerade folgen. Ach sü. Halt. Da will ich gerade noch hin. Dann kann man sich einklicken. Die war noch schlimm. Schade. So. Jetzt fehlt es hier doch. Was fehlt es jetzt noch? Ja. Kommt. Zeig mal her. Das Ding. Ah. Eine Lilie. Oh. Und Minze. Ich sollte ein wenig Eierputsch trinken. Ja. Dann lässt sich das hier viel besser ertragen. Im Vollsuff. Dieses Spiel. Nein. Machen wir jetzt aber nicht. Wir trinken jetzt kein Eierputsch. Ich brauche Minze. Lieg dir hier rum. Lieg dir irgendwo Minze. Ey du Blinze. Ich brauche Minze. Hm. So. 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 So ist jetzt auch die Minze. Alles für die Minze. Boah. Was haben wir denn? Hier sollte ich hin. Dann gehen wir mal hier hin. Dann gehen wir mal hier her. So her. Wir brauchen Minze. 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 Du kleine, alte Blinze. Wir brauchen hier noch Minze. Ähm. Na ihr. Wollt ihr noch was von mir? Ne. Alle vier glücklich. Wieso können wir die noch anklügen? Ich brauche eine besondere Süßigkeit, um die Kätzchen anzulocken. Hihi. Kommt in mein Auto. Hihi. Brrr. So. Verwärts das Spiel. Ähm. Ne. Die Böcke von Katzloff mögen wir noch genauso gern wie alle anderen Leute. Sie haben sich das ganze Jahr darauf vorbereitet. Ha 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 ha. Für meinen Tipp. Ah. Kondidorei. Kondidorei.